Veit Haaland war ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Wegen seiner Arbeiten als Regisseur während der Zeit des Nationalsozialismus, darunter besonders seine Propagandafilme Jud Süß und Kolberg, ist Haaland bis heute umstritten. Leben Veit Haaland wurde als Sohn des Schriftstellers Walter Haaland und dessen Frau Adele Geb. Bootby in Charlottenburg, in deren Wohnung am Savignyplatz zwölf als viertes Kind nach seinem Bruder Walter, seiner Schwester Esther und seinem Bruder Peter geboren. Nach ihm folgten noch sein Bruder Fritz Moritz und seine Schwestern Bertha Elise und Nele. Nach einer Silberschmiedlehre und Schauspielunterricht am Seminar von Max Reinhardt stand Haaland zum ersten Mal öffentlich 1915 auf einer Theaterbühne. 1916 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger und wurde an der Westfront eingesetzt. Anfänger als Schauspieler Nach dem Ersten Weltkrieg wurde er 1919 Schauspielvolontär an der Berliner Volksbühne am damaligen Bülowplatz, zu deren festem Ensemble er von 1920 bis 1922 gehörte. Ab Mitte der 1920er Jahre übernahm Haaland auch Rollen im Film. 1922 verließ Haaland Berlin, um vorübergehend am Landestheater in Meiningen und während der Theaterferien als Mitglied der norddeutschen Holthorff-Gruppe, einer Wanderbühne, Erfahrungen in der Provinz zu sammeln. Im selben Jahr heiratete er die jüdische Sängerin Dora Gerson, von der er sich bereits nach zwei Jahren scheiden ließ. Dora Gerson wurde 1943 im KZ Auschwitz-Birkenau ermordet. Ein hilfesuchender Bittbrief Dora Gersens an Haaland blieb unbeantwortet. 1929 heiratete er in zweiter Ehe die Schauspielerin Hilde Körber, mit der er bis zur Scheidung neun Jahre später drei Kinder hatte, Thomas Christoph, Maria Christiane und Susanne Christa. 1933 bekannte sich Haaland in einem Interview mit dem Völkischen Beobachter nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zu deren Politik. Anfänge als Theaterregisseur am 22. Januar 1935 gab er am Theater am Schiff Bauerdamm sein Debüt als Bühnenregisseur mit der musikalischen Komödie Hochzeit an der Panke, eine Posse, die der Erwin-Piskator-Schüler und Kabarettist Wolfgang Böttcher bearbeitet hatte. Am selben Haus inszenierte Haaland die Komödie Krach im Hinterhaus von Maximilian Böttcher, und zwar so erfolgreich, dass ihn die ABC-Filmproduktion um eine Kinoversion bat, die angeblich nur elf Drehtage in Anspruch nahm. NS-Filme fortan wandte sich Haaland der Regie zu und drehte neben Komödien auch zunehmend Propagandafilme im Sinne des Nationalsozialismus, meist mit dem technisch herausragenden Kameramann Bruno Mondi an seiner Seite, der mit ihm erstmals bei Krach im Hinterhaus 1935 zusammenarbeitete und später auch Jutsuis und den aufwendigen – Durchhalte-Farbfilm-Kollberg-Aufnahmen. 1937 wurde Reichspropagandaminister Joseph Goebbels durch den von Haaland im heroischen Stil der NS-Propaganda unter der künstlerischen Oberleitung von Emil Jannings gedrehten Film Der Herrscher, der mit dem Nationalen Filmpreis ausgezeichnet wurde, auf den Regisseur aufmerksam und betraute ihn mit – staatspolitisch wertvollen – Filmprojekten. Von Goebbels bekam Haaland auch den Auftrag für den antisemitischen Hetzfilm Jutsuis. Haaland war neben der Regie auch am Drehbuch beteiligt, seine spätere Frau Christina Söderbaum, Heinrich George, Ferdinand Marian und Werner Kraus, der in fünf Nebenrollen jeweils als Jude zu sehen war, spielten die Hauptrollen. Dieser Film, der in Deutschland und Osteuropa während des Zweiten Weltkrieges gezielt eingesetzt wurde, um den Antisemitismus zu schüren und damit weltanschaulich den Boden zu bereiten für die Deportationen der europäischen Juden, diente später als Hauptanklagepunkt gegen Haaland, zumal die propagandistische Wirkung durch die raffinierte Machart des Films unbestritten war. Auch der mit einem riesigen Aufwand von Statisten gedrehte Historienfilm Der große König über Friedrich den Großen gehört zu den Arbeiten von Haaland mit eindeutig nationalsozialistischer Tendenz, wird der Monarch doch in seiner größten militärischen Krise gezeigt, die er mit Verbissenheit und gegen den Widerstand seiner mutlosen Ratgeber und einer teilweise kriegsmüden Bevölkerung überwindet, eine direkte Anspielung auf die schwierige Lage Nazideutschlands nach dem Scheitern des Blitzkrieges, gegen die Sowjetunion. 1939 heiratete er Christina Söderbaum. Aus dieser Ehe gingen zwei Söhne hervor, Christian und Kaspar. Söderbaum übernahm in vielen Filmen Haalands die Hauptrolle und erhielt vom Publikum den Beinamen »Reichswasserleiche«, da sie oft die Rolle der tragischen Selbstmörderin spielte, unter anderem auch als Opfer von »Jud Süß«. 1943 erhielt Haaland zum 25-jährigen Jubiläum der Universum-Film AG den Professorentitel. Sein Status zeigt sich auch daran, dass er von 1942 bis zum Ende des nationalsozialistischen Deutschen Reiches alle seine Filme in Aquacalla drehen konnte. Die aus Kostengründen parallel gedrehten Melodramen »Immensee« und »Opfergang« gelten als künstlerisch ausgesprochen hochwertige und wirkmächtige, wenngleich moralisch und politisch fragwürdige Filme und wurden 2016 in restaurierten Fassungen auf DVD wieder veröffentlicht. Noch Ende Januar 1945 konnte Haaland unter größten Mühen und nach zahlreichen Änderungswünschen von Goebbels den mit Heinrich George und Christina Söderbaum in den Hauptrollen gedrehten Ufer-Fab-Film »Kollberg« fertigstellen, der mit Produktionskosten von ca. 8 Millionen Reichsmark der teuerste Film im »Dritten Reich« wurde und eine Episode aus dem Vierten Koalitionskrieg von 1807 schilderte, als der damalige preußische Major August Neidhardt von Gneisenau die Stadt Kollberg erfolgreich gegen eine französische Übermacht verteidigt hatte. Nach Kriegszeit nach Kriegsende wurde Haaland in einem auf eigenen Antrag vorgezogenen Entnazifizierungsverfahren als »Entlasteter« eingestuft. Am 3. März 1949 wurde auf Antrag der VVN ein Schwurgerichtsverfahren in Hamburg unter dem Vorsitz des Richters Walter Thürolf eröffnet. Thürolf war 1944 als Staatsanwalt beim Sondergericht Hamburg tätig gewesen. Im Prozess wurde Haaland nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 der »Beihilfe zur Verfolgung« angeklagt. Haaland wurde am 23. April 1949 freigesprochen, weil ihm eine persönlich zurechenbare Schuld nicht nachzuweisen und eine strafrechtlich relevante Kausalität zwischen Film und Völkermord nicht beweisbar sei. Haaland-Anhänger trugen den Freigesprochenen auf ihren Schultern aus dem Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft ging in Revision. Der oberste Gerichtshof für die britische Zone in Köln hob das Urteil auf, weil der Film »Jud süß«, ein nicht unwesentliches Werkzeug gewesen sei. In einem weiteren Prozess vor dem Landgericht Hamburg berief sich Haaland darauf, dass die Nationalsozialisten seine Kunst missbraucht, ihn zur Regie von Jud süß gezwungen hätten und dass eine Weigerung ihn in eine bedrohliche Lage gebracht hätte. Das Gericht, erneut unter Vorsitz von Walter Thürolf, folgte dieser Argumentation und sprach Haaland am 29. April 1950 frei. Der während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland tätige Drehbuchautor und Regisseur Gese von Zifra behauptete in seiner 1975 erschienenen Autobiografie Kauf dir einen bunten Luftballon, das ursprünglich der Produktionschef der Terrafilm Peter Paul Brauer für die Regie von Jud süß vorgesehen gewesen sei. Doch habe Haaland unter anderem durch Interventionen im Propagandaministerium erfolgreich dafür gekämpft, den Film inszenieren zu können. Josef Goebbels erwähnt Haaland mehrmals in seinen Tagebuchaufzeichnungen, mit Haaland und Müller den Jud süß-Film besprochen. Haaland, der die Regie führen soll, hatte eine Menge neuer Ideen. Er überarbeitet das Drehbuch nochmal. Besonders der Jud süß-Film ist nun von Haaland großartig umgearbeitet worden. Das wird der antisemitische Film werden. Haaland-Film, Jud süß. Ein ganz großer, genialer Wurf. Ein antisemitischer Film, wie wir ihn uns nur wünschen können. Ich freue mich darüber. Im Jahr 1951 forderte der Hamburger Senatsdirektor Erich Lüth das deutsche Publikum auf, Haalands ersten Nachkriegsfilm Unsterbliche Geliebte zu boykottieren. Carlo Schmidt erklärte vor dem Deutschen Bundestag, Haaland habe dazu beigetragen, die massenpsychologischen Voraussetzungen für die Vergasungen von Auschwitz zu schaffen, und es sei eine Schande, die »Machwerke Haalands« zu zeigen. In zwei Gerichtsverfahren wurde Lüth's Boykott-Aufruf als »sittenwidrig« I. S. V. 826 BGB eingestuft. Die Zivilgerichte erließen deshalb Unterlassungsverfügungen gegen Lüth. Während dieser Prozesse erklärte Haaland, dass »jede Art von Antisemitismus vom kulturellen, religiösen und moralischen Standpunkt abzulehnen« sei. Gegen diese Gerichtsentscheide legte Lüth Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht ein, das die Entscheidungen der Vorinstanzen in einer viel beachteten und zitierten Grundsatzentscheidung aufhob, dem später sogenannten Lüth-Urteil. Auch die Zivilgerichte hätten bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe wie etwa »Sittenwidrigkeit« die Grundrechte als prägende Wertordnung zu beachten. Im konkreten Fall hätten die Zivilrichter die Bedeutung des Artikel 5 ABs, 1 GG zu Lasten des Beschwerdeführers völlig verkannt. 1957 drehte Haaland den Film »Anders als du und ich«, der unter der wissenschaftlichen Beratung des Sexualwissenschaftlers Hans Giese ursprünglich ein Plädoyer für die Abschaffung des damals immer noch gültigen 175 sein sollte, jedoch in der entgültigen Fassung Homosexualität als unmoralisch und Ergebnis von Verführung darstellte. Haaland selbst teilte die Homosexuellen in »unsittliche« und »tragische« Fälle ein und wollte letzteren nach eigener Aussage sein, »Mitgefühl« zeigen. Kritisiert wurde aber vor allem, dass der Regisseur in dem Film Avagadistische Kunst und Männerliebe gleichsetzte und verteufelte. Ebenfalls ein umstrittenes Sittengemälde im Seitgeist der 50er Jahre ist »Liebe kann wie Gift sein«, wo im Gefolge der Rose-Marie-Nitribit-Affäre die Themen Prostitution und Drogenabhängigkeit behandelt werden. Die Hauptrollen spielten Sabina Sesselmann und Joachim Fuchsberger. Die Theodor-Storm-Verfilmung »Ich werde dich auf Händen tragen« sollte Haalans letzter Film werden. Er starb 1964 während eines Urlaubs auf Capri an einer Lungenentzündung. Dort wurde er auch beigesetzt. »Häalans« Vielen Dank.